Am Wochenende werden die G20 tagen. Da soll auch 60 Jahre NATO gefeiert werden. Die Linke ist bei den Protesten dabei. Wir wollen, dass unsere Mitglieder und Sympathisanten klar und deutlich sagen, die NATO als Angriffsbündnis ist überlebt. Die NATO-Länder haben zwei Drittel aller Rüstungsexporte. Das kann so nicht weitergehen. Wir wollen ein friedliches Europa und eine friedliche Welt. Dafür protestieren wir. Und wir sind dagegen, dass Demonstrantinnen und Demonstranten in irgendeiner Weise kriminalisiert werden. Nein, dieser Protest ist notwendig und legitim. Wer für eine friedliche Welt ist, sollte sich genau daran beteiligen.